Willkommen zurück zum Okichau-Podcast. Hier fahrt ihr alle News rund um Promis, Social Media und anderen Popkultur-Content. Nach dem Dschungel ist vor dem Dschungel. Die ganze Shitshow zwischen Maik und Kim geht weiter und wir fassen für euch zusammen, warum Tim jetzt Teil davon ist. Was geht ab? Sind Kim und Tim zusammen? What's going on? What's going on? So, die ganze Sache zwischen Maik und Kim wie nimmt ja gerade eine richtig beschissene Wendung. Wir haben in der letzten Folge darüber berichtet, wie sich die ganze Sache mit Maik, Kim, Layla so entwickelt hat. Es endete damit, dass Maik sich ja von Kim distanzierte, sie dann rausgeflogen ist und er und Layla sich annäherten, wobei das auch dann unterbrochen abgebrochen wurde. Während des ganzen Beef zwischen den dreien gab es eine Situation, die Kim jetzt halt rechtliche Probleme bereiten wird. Kim warf ja Maik viele Dinge vor. Er hat einen kleinen Penis, er hat einen Haarausfall, er sei pleite. Damn, alles, was Männer angeblich ausmacht. Geld, Penis und Haare. Dafür, dass er aber einen kleinen Pimmel hat, ist sie ganz schnell auf seinem Pimmel hinterher. Ich sag's dir. Das muss man aber sagen. Ich sag's dir. Ja, der ist auch sehr beliebt, der Pimmel. Alle wollen ihn, also. Little Pie. Mike's Little Pie. Okay. Maik ist dann auf die Idee gekommen, ganz ehrlich, das lass ich von dem Anwalt prüfen, das kann doch nicht, also die kann doch nicht einfach damit davon kommen. Vor allem, weil es ja auch so scheint, als ob die jetzt gerade immer noch Lügen über den verbreitet und immer noch über den redet. So. Der Brief ist auch bei Kim angekommen, bei ihrem Management. Irgendwie meinte sie, ja, ich hab ne WhatsApp-Nachricht von denen bekommen. Voll lächerlich. Nee, den Brief gab's nicht, es gab nur ne WhatsApp-Nachricht. Nur ne WhatsApp-Nachricht. Es gab keinen Brief. Die meinte irgendwie, ihr Management hätte sich auch irgendwie, die hätten sich alle kaputt gelacht. Boah, sind die, okay. Okay. Also laut Kim, ne? Laut Kim, weiß man ja gar nicht. So, in einer IG-Story sagte Maik dazu, die Sache mit Kim. Die müsste schon Post bekommen oder Nachrichten bekommen haben, wahrscheinlich die WhatsApp-Nachrichten, während des Fluges noch. Irgendwann ist auch mal gut, wenn sie es so, wenn sie es so nicht versteht, vielleicht versteht sie es so. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt jemanden so diesbezüglich ein Schreiben schicke über einen Anwalt. Aber irgendwann ist es immer das erste Mal, wenn nicht bei ihr, bei wem dann? In einem Insta-Live, um auch nochmal so das Ausmaß dessen zu verstehen, was die eigentlich fabrizierten. In einem Insta-Live, ich glaub, noch als sie auf den Flug gewartet haben nach Europa, weiß ich nicht, haben Tim und Kim Andeutungen gemacht, dass Kim wohl mit Maik den Abend davor irgendwie verschwunden sei und Sex gehabt habe. Dann hat sie noch eine andere Story gemacht, da waren die schon im Bus auf dem Weg, glaub ich, nach Hause, wo sie meinte, hatte ich Sex mit ihm? Nein. Und dann macht sie so. Wirklich, die beiden zusammenzustecken, war die schlimmste Idee von RTL, weil das sind die beiden Content-Queens. Das ist richtig schlimm noch, was uns erwartet. Ich sag's dir. Ich sag's dir, nein. Nein. Ey, wäre die nicht so lustig, ne? Ja, ich weiß, ihr hasst die alle, aber ich find die echt witzig. Die ist unterhaltend. Nennt mich Vollantena Mojo aus den USA. So, man kann nicht weggucken, die ist wirklich witzig. Ach, heißt die Tenna Mojo? Mojo, ja. Ich sag dir mal Mongu. Nee, nee, Mojo. Mongu. Aber ja, so ist die. So, bei dem ersten Live-Crash, der Maik dann auch, naja, das, was auch immer passiert ist, und war so, ey, was spinnst du? Hör mal auf, was machst du? Boah, ich würd mir so dumm vorkommen, irgendwie bei solchen Sachen noch mitzumachen, als Vater. Ja, ja, auf alle Falle alles richtig, richtig scheiße. Lela wurde natürlich dann auch damit konfrontiert. Sie hat ein allgemeines Statement zu Kim abgegeben und einfach so ein bisschen nochmal die Sachen Revue passieren lassen und das nochmal für sich eingeordnet. Aber zu der ganzen jetzt, all dem, was gerade passiert zwischen beiden, hat sie jetzt nicht viel zu sagen. Aber das Statement ist gelöscht, ne? Auf ihrem TikTok. Aber German Gossip müsste es haben, ansonsten findet ihr es bei Ramon Wagner. Genau, richtig. Da wir hatten es vorher schon gesehen, aber dann wollte ich es nochmal runterladen. Gab es nicht mehr. Genau das. Irgendwo in diesem ganzen Chaos meldete sich wohl auch Lisha, Lisha und Lou, die beiden, die ja bei Sommerhaus waren. Die crazy girls, ey. Und verkündete, dass sie bereit sei, mit Kim in den Ring von Famefight zu steigen. Würde Kim niemals machen, glaube ich nicht. Nein, die will sich nicht ruhig machen, ist okay. Schon so geil, wie sie war so. Und Lisha hat sich jetzt gemeldet, also ich muss mal gucken in meinem Kalender, ob ich überhaupt Zeit habe. Aber ja, mal gucken. Die nimmt auch gar nichts ernst, nein. Und das ist es, ich mag Leute, die das nicht so ernst nehmen. Auch wenn die vielleicht Unrecht, hat die bestimmt. Hat die, selbst. Baut Scheiße, auf jeden Fall. Aber ich, ja. Es ist wirklich sehr unterhaltsam. Ja. Der Leidtragende ist wirklich Mike. Der tut mir auch leid. Ja. Also das muss ich jetzt mal sagen, Statement von uns. Ja. Es ist nicht in Ordnung, wie Kim sich Mike gegenüber verhält. Nope. Er hat eine Familie, er leidet darunter unter dem, was Kim ihm antut. Weil sie auch nicht aufhört. Sie hört nicht auf. Und da muss ich sagen, okay. Reicht. Reicht. Mach jetzt nicht ein auf Oliver Pocher. Reicht. Weil es ist echt crazy, dass sie wirklich, also wenn wir Mike glauben und es passiert gar nichts, dann ist sie halt wirklich crazy. Ja. Dann verbreitet sie wirklich gefährliche Dinge. Und wie weit können ihre Lügen dann gehen? Das ist das, was mich so ein bisschen beunruhigt. Genau. Und wenn dann mal was passieren sollte, wer glaubt ihr dann? Ja, ja, eben. Also ich finde, man hat schon bei Are You The One VIP gesehen, dass egal wie sich Kim verhalten hat, Mike ist trotzdem irgendwie zu ihr zurückgekommen. Interessant. Aber ich glaube auch bei ihm ist irgendwann mal Schluss. Und dann habe ich Clips gesehen von ihm und seiner Ex beim Sommerhaus. In der Lamiras. Das war schon echt hart, was der sich anderen musste. Ja. Also, okay, ich habe nur Clips gesehen, wo sie ihn angeschrien hat. Sie soll halt auch echt krass gewesen sein. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie er drauf war. Keine Ahnung. Trotzdem rechtfertigt das halt einfach. Ja, ja, ja. Das Verhalten. Der arme Mike, ey. Naja, und wie gesagt, jetzt haben wir jemand Neues in unserer Ménage à Trois. Twenty for Tim. Kim und Tim sind ja so. Tim hat sie ja adoptiert, mehr oder weniger, in seinen ganzen Social Media Bubble. Und die lassen es ja ordentlich auf Social Media krachen. Jetzt war ja Karneval hier in Köln und an Weiber Fastnacht am 8. Februar wurden sie zweimal knutschend in Köln gesichtet. Einmal am Zülpicher Platz, das erkennt man deutlich, und das zweite Mal, glaube ich, am Brüsseler Platz. Und ich rege mich, wie gesagt, so drüber auf, weil ich war um die Ecke bei einer Freundin zu Hause. Ich war um die Ecke. Ja, ja. In einem Q&A deuteten sogar beide an, Sex gehabt zu haben. Hattest du gestern Abend Sex? War die Frage bei beiden? Ja, war die Antwort. Du weißt ja, wer die Fragen gestellt hat, oder? Mike? Tim? Hat die Frage bei Kim gestellt und Kim bei Tim? Ja, ist so. Safe, das ist alles gespielt. Ja, natürlich. Glaubt dem bitte nicht. So viele von euch haben gefragt, boah, was, was? Man kann wirklich einfach so rummachen, das muss nichts bedeuten. Maria. Die beiden, ja. Die machen sich einfach einen Scherz draus. Genau das. Ja, was sagt ihr dazu, ihr lieben Kleinen? Was haltet ihr von dem ganzen Dschungeldrama? Meint ihr, Kim und Tim sind das nächste Couple? Ja. Das ist bald im Sommerhaus drin. Ja, so sehe ich das. Ist das nicht genial? Ich meine, okay, gut. Wir diskutieren jetzt nicht über Tims Sexualität, weil er sagt ja selber, dass er sich nicht entschieden hat oder was auch immer. Genau. Sollte es sich aber herausstellen, dass er sich halt schwul outet. Ist das doch das Genialste, was du machen kannst? Du hast einfach zwei Menschen, so dein bester Gay-Boyfriend und dann geht man zusammen zu solchen Dating-Formaten. Großartig. Voll geil. Ja. Und das wäre auch mal spannend, weil stell dir mal vor, Tim geht mit ihr in solche Dating-Formate und macht sich dann den anderen Männer ran. Puh, Chaos. Die auch vielleicht teilweise, who knows. Wir brauchen eh ein queeres, bisexual-Format, Dating-Format hier. Ja, weil ich finde Bachelor ist auch unter anderem deswegen so spannend, weil teilweise, Maria, oh Scheiß. Das war das nicht witzig mit mir, als wir das zusammen geguckt haben. Das war sehr lustig. Come on. Mit meiner Schwester und so, weil die ja untereinander, ich habe voll den Vibe gespült bei manchen Mädels. Ja. Die haben sich ja auch geküsst. Ja. Was ist da los? Ja. Und das hat es doch spannender gemacht. True that. Ja. Und vielleicht auch die Bachelor-Typen. Das stimmt. Who knows. Aber Sebastian ist zu cool für Dennis. Let's be honest, ich habe den Ick bei Dennis. Meine Liebe für ihn ist leider zerbröselt. Das ist krass. Als du das gepostet hast, sag ich mir, wow. Weil ich hatte den Ick halt schnell. Also als er halt immer meinte, so mit meinen Freunden, mit meinem Team. Mit meinen Mädels. Mit meinen Mädels. Ich kann das nur nachmachen. Wenn ich ihn einmal höre, dann kann ich das kurz und dann kann es wieder nicht. Ich mache jetzt keinen bayerischen Akzent. Und jetzt bin ich so ein bisschen auf dem Trip. Ich mag Sebastian. Ja, der ist schon toll. Der ist halt toll. Also sein Blick ist halt immer noch so creepy. 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 Aber der hat einen Körper. Einen tollen Körper. Aber der ist halt so trainiert, aber nicht zu viel. Ja. Und ist halt echt ein netter Typ. Und ja. Ich beschweife ihn jetzt auch. Wo der duscht, oder was? Nein, nein. Wo Dennis mit dieser Rebecca ein Date hatte. Und dann meinte mein Freund so, oh, voll das leckere Essen. Warum essen die nicht? Und dann meinte ich so, sehen die aus, als ob die essen würden? Let's be honest. Die Frauen? Die vor allem. Rebecca auch. Die so richtig. Äh, warte mal. Die mit der hier, Dennis auf dem Date war im Pool. Genau. Die meinst du? Ja. Ja, die isst. Also die isst schon, aber die isst halt Chicken Rice und so immer. Die beiden, ja, ja. Sehen die beiden aus, als ob die essen würden? Let's be honest. Du kannst so einen Körper nicht haben, wenn du nicht die ganze Zeit trainierst. Und das fand ich dann so ein bisschen sympathisch, weil er meinte, ich mache viel Sport, um viel zu essen. Ja, genau. Und das sieht man an seinem Körper. Aber es ist trotzdem ein perfekter Körper. Ich habe mal so einen Körper. Ja, ja, ja. Okay. So. Zurück zu... Wobei, sind wir nicht fertig? Warte, meinen Ring muss ich ansehen. Achso. Genau, für mehr Popkultur-Content. Das war's nämlich. Folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter okita-podcast. Die gesamte Episode könnt ihr als Audio-Format hören, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, ciao. Daoo! Tschüss. mort.